Was geht Leute und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA 16 News Video und zwar wurden gerade eben die neuen Stadien in FIFA 16 vorgestellt und die will ich euch natürlich direkt zeigen, es sind einige richtig geile Stadien dabei, die sehen richtig nice aus und ja die alten Stadien wird es natürlich weiterhin in voller Pracht geben, sage ich mal und ja ich würde sagen wir gucken sofort das erste Stadion an und das ja wird vielleicht wahrscheinlich die meisten hier ja interessieren und zwar der Borussia Park vom Borussia München Gladbach, den wird es jetzt auch ja in FIFA 16 geben und guckt euch das an wie geil das aussieht, das Stadion sieht einfach absolut Hammer aus aber ich weiß es nicht, irgendwie sehen die Stadien auf den Bildern alle richtig geil aus aber ja ich denke mal viele Gladbach Fans werden sich natürlich richtig freuen und auch im Karrieremodus ist das natürlich immer geil wenn es dann wieder ein echtes Stadion mehr gibt und ja ich würde sagen wir kommen direkt mal zum nächsten Stadion und das ist von Norwich City aus der Premier League und das Stadion sieht auch richtig nice aus Carrow Road heißt das, Carrow Road und ja ich denke mal für die BPL Fans viele starten natürlich auch immer in der BPL Saison weil es da natürlich momentan noch viel viel mehr Stadien gibt und ja ich denke mal dieses Stadion sieht auch richtig nice aus und Norwich City hat dieses Jahr auch richtig geile Trikots also es lohnt sich auf jeden Fall vielleicht mal mit Norwich City eine Karriere zu starten denn das nächste Stadion ist aus der MLS und oh mein Gott Jungs guckt euch dieses Stadion an ich weiß nicht warum die in Amerika mal so übertreiben Seattle Sounders, guckt euch dieses Ding an ey das Teil sieht so krank aus ich weiß nicht, letztens war irgendein Testspiel im Fernsehen Real Madrid gegen, ich weiß nicht gegen wen es war gegen irgendeine Italienische, gegen Rom war es glaube ich ich weiß nicht ob das auch in diesem Stadion war auf jeden Fall war glaube ich letztens irgendein Testspiel auch in diesem Stadion das ist einfach so fett auch in echt und ich muss sagen das sieht fast genauso aus wie in echt vor allem da hinten irgendwie dieser Turm sieht einfach nur absolut geil aus und ja die MLS die haut natürlich immer richtig viel Geld da rein das wissen wir natürlich alle dann El Monumental ich weiß nicht ob es das schon in ich meine das kommt mir irgendwie bekannt vor dass es das auch in FIFA 15 schon gab vielleicht ist das irgendwie ein neues Stadion oder so ich weiß es nicht könnt ihr mir mal gern in die Kommentare schreiben ja das sieht auch ganz okay aus ich finde es jetzt nicht so geil aber ja mal gucken wie es dann im Spiel wirkt das sieht eher wie so ein Stadion aus das eigentlich so ja relativ billig ist und so ihr kennt ja diese Stadien in FIFA 15 diese Bronze Stadien in Ultimate Team so sieht das ein bisschen aus so viel Freiraum und so aber das könnte vielleicht auch ganz geil werden kommen wir zum nächsten Stadion und ja das ist der aus der englischen dritten Liga sogar und zwar von Portsmouth dass die ein echtes Stadion bekommen in FIFA in der dritten englischen Liga und zwar Fretton Parker ist das Ganze ja sieht auch nicht schlecht aus sieht eigentlich ja wie so dieses klassische Zweitliga Stadion aus aus der zweiten Bundesliga in FIFA 15 und ja dann kommen wir jetzt in die Saudi-Arabi League und ja King Abdullah Sports City und das Teil sieht so krass groß aus ich weiß nicht das könnte echt richtig nice werden und ja jetzt kommt ein Stadion das ja ich vielleicht am geilsten finde und zwar von Olympique Marseille aus der Liga guckt euch dieses Stadion an das sieht so crazy aus so rodend so keine Ahnung so krumm aber das sieht einfach nur absolut geil aus ich denke mal das Stadion werden auch in Ultimate Team richtig viele benutzen das sieht echt richtig geil aus und ja dann kommen wir noch zum neuen Stadion aus der Premier League und zwar von Radford Radford genau und ja die haben auch kein schlechtes Stadion sieht auch so ein bisschen aus wie das von Portsmouth aber kann man auf jeden Fall auch mal spielen und ja dann noch ein Stadion aus der Premier League und zwar von Bournemouth ich weiß nicht wird so ausgesprochen Bournemouth irgendwie so Bournemouth keine Ahnung Jungs schreibt es in die Kommentare Vitality Stadium heißt es und ja das sieht auch relativ nice aus und ja ich denke mal da lohnt sich auf jeden Fall nächstes Jahr eine Karriere in der Premier League da gibt es jetzt so viele echte Stadien ich weiß nicht gibt es ja überhaupt noch irgendein Stadion was eigentlich nicht ja echt ist und ja ich denke das lohnt sich auf jeden Fall probiert es aus in FIFA 16 der Premier League Saison ja das war es jetzt soweit ich hoffe es hat euch gefallen lasst natürlich ein Like da wenn euch das Stadion gefällt schreibt natürlich mal euer Lieblingsstadion in die Kommentare und ja das war es soweit macht es gut wir sehen uns beim nächsten Video wieder und ciao Bis zum nächsten Mal Tschüss Untertitelung des ZDF, 2020